Herzlich Willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es um einen weiteren US-Read. Diesmal geht es um eine Sektorwette und zwar auf dem Bereich Cannabis, auf den sich dieser Read spezialisiert hat. Er besitzt nämlich ausschließlich Anlagen und Vertriebsgebäude aus dem Cannabis-Bereich. Dazu gehören zum Beispiel Gewächshäuser, dann halt Häuser für den Vertrieb, wie gesagt, aber auch Verarbeitungsanlagen. Ja, und das Ganze wird im sogenannten Triple-Net-Lease-Verfahren gemacht. Das heißt, der Mieter muss sämtliche Kosten tragen, die irgendwie anfallen, um das Gebäude in Schuss zu halten. Das hat den riesigen Vorteil für Innovative Industrial Properties, dass es extrem personalarm zu verwalten ist. Man muss halt ab und an mal vorbeischauen und gucken, hält der Mieter das Gebäude auch entsprechend in Schuss, aber dann irgendwie Handwerkerbeauftragung oder ähnliches, das braucht man entsprechend alles nicht mehr machen. Ja, dann wie gehabt, erstmal einen kleinen Überblick über das Unternehmen. Der Aktienkurs, der steht derzeit bei 162,56 Euro, die Marktkapitalisierung liegt bei 4,25 Milliarden Euro. Der Umsatz belief sich im letzten Jahr auf 116,47 Millionen Euro und die Funds von Reparation lagen bei 4,19 Euro. Die Dividende sogar einen Ticken darüber bei 4,30 Euro. Also man schüttet hier von den Funds von Reparation mehr als 100% aktuell aus. Dazu kommen wir aber auch nochmal nachher. Und die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,65%. Ja, dann erstmal einen Blick auf die Karte und man ist hier in den grünen gekettzeichneten Staaten tätig. Das sind insgesamt 18 Stück mit 69 Anlagen, die man besitzt. Und wenig überraschend sind das auch die Staaten, wo der Cannabisgebrauch entweder legalisiert wurde, entkriminalisiert wurde oder zumindest der medizinische Gebrauch bewilligt wurde. Ja, ansonsten sieht man auf dem rechten Bereich nochmal, wie weit man diversifiziert ist und das hält sich relativ im Grenzen. Zum einen sieht man natürlich direkt, dass man ausschließlich in den USA tätig ist. Und an allererster Stelle steht hier Pennsylvania mit 15%. Danach kommen ein paar Staaten, die von 13 bis 10% haben, bis Florida runter. Und dann wird es auch schon direkt deutlich weniger. New York mit 4,7%. Ohio und New Jersey sind hier noch aufgezählt. Und der Rest macht dann nochmal 10% aus. Ja, dann mal einen Blick auf ein paar Zahlen. Und man sieht hier an allererster Stelle, dass man bereits 1,7 Milliarden US-Dollar an Kapital rangeholt hat. Davon sind 1,5 Milliarden auch bereits in Immobilien investiert. Und die haben anhand der Zahlen vom Q1 2021, wenn man das für ein Jahr in die Zukunft rechnet, generieren die 171,5 Millionen US-Dollar an Cashflow, was schon ziemlich nett ist. Und die Verschuldung mit 7,8% auch ziemlich gering ist. Was natürlich auch mit dem ersten Punkt zusammenhängt, dass man 1,7 Milliarden halt so rangeworben hat. Ja, ansonsten die Dividende hier nochmal aufgeführt, die ich ja schon genannt hatte. Das Ziel, was man ausschütten möchte als Dividende, liegt bei 75 bis 85% von den Adjusted Funds vom Operation. Da liegt man derzeit deutlich drüber und zwar bei 97%. Also da müsste man noch ein bisschen zurückgehen, aber es besteht auch noch reichlich Wachstum. Also das sollte nicht so das Problem sein. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass die Immobilien im Schnitt 16,7 Jahre vermietet sind, was ziemlich viel ist. Allerdings muss man auch sagen, der REIT besteht jetzt noch nicht wirklich lange. Das heißt, alle Anlagen, die jetzt angekauft wurden, das sind Erstverträge, die auf sehr lange Laufzeiten festgeschrieben wurden. Da muss jetzt noch nichts verlängert werden. Und dementsprechend hat man auch 100% vermietet. Alles andere sollte einen Sorgen machen, weil man bestehende Anlagen vom Betreiber kauft und die dann an diese einfach zurückvermietet. Wäre man nicht bei diesen 100%, hätte man entweder schon irgendwo was gekauft, wo der Betreiber pleite gegangen wäre oder aber man gar keinen Vertrag mit denen abgeschlossen hat und dann eine leere Anlage im Grunde gekauft hat. Dann nochmal einen Blick auf die Zahlen mit dem Vorjahr im Vergleich und man sieht hier schon, da ist ordentlich Wachstum drin. Von 11,5 Millionen in 2020 auf knapp 25,5 Millionen beim Net Income, bei den Funds from Operations entsprechend noch mehr, weil da ja die Abschreibungen noch mit dazugehören und die Immobilien in der Regel ja nicht an Wert verlieren. Da ist man von 16,5 auf 34,5 gestiegen, also auch dort ordentlich Wachstum drin. Ja, wie macht man das jetzt? Weil man ja auch kaum Schulden hat. Klar, man schmeißt Aktien auf den Markt wie blöde und das sieht man ganz, ganz unten. Da ist man gestiegen von 15,8 auf 26 Millionen ausstehende Aktien und wenn man nochmal ein bisschen weiter zurückguckt, in 2016 hat man angefangen mit 1 Million ausstehende Aktien. Also da werden schon ordentlich Aktien auf den Markt geschmissen, aber das ist natürlich unproblematisch, solange das Wachstum hier intakt ist und dementsprechend auch die Funds from Operations pro Aktie weiter ansteigen. Und das ist der Fall, in einem Jahr um knapp 40% hier gesteigert, die ganzen Kennzahlen. Dann können sie das Ganze von mir aus auch verwässern. Der Plan geht auf, das Geld kann gut investiert werden scheinbar und ich als Aktionär habe dann auch von der Verwässerung trotzdem noch einen Profit. Ja und dann einfach nochmal zum Abschluss quasi einen Blick auf die Entwicklung der Funds from Operations über den längeren Zeitraum, seitdem es das Unternehmen im Grunde gibt. Und man sieht hier ein schönes exponentielles Wachstum, wie man es sich vorstellt. Und ja, das ist intakt, da kann man sich ja nicht motzen. Man muss natürlich berücksichtigen, dass das jetzt absolute Kennzahlen sind. Hier entsprechend die Verwässerung nicht ersichtlich wird. Und deswegen auch nochmal einen Blick auf die Dividende. Das sieht mir nicht ganz so stark aus, das Wachstum, aber ist immer noch ziemlich stark. Man ist hier innerhalb von 4 Jahren von 15 Cent für das zweite Quartal 2017 auf 1,32 Dollar gestiegen. Also fast verzehnfacht, verneunfacht aktuell. Das hat auch der Aktienkurs entsprechend gemacht. Also wer hier von Anfang an dabei war, hat Stand jetzt alles richtig gemacht. Ja und damit komme ich dann auch schon zum Abschluss, was ich von dem Read halte. Also sehr positiv ist natürlich das starke Wachstum, was dort momentan drin ist. Und das soll in Zukunft auch erstmal so weitergehen. Dann so ein bisschen positiv, aber auch negativ ist natürlich die Abhängigkeit von der Politik. Das Positive ist, dass es politisch momentan eher so aussieht, als wenn immer mehr legalisiert wird, immer mehr Möglichkeiten sich bieten, die dann auch für mehr Wachstum des Reeds sorgen könnten. Was negativ ist, ist einfach diese Bindung an politische Entscheidungen, dass man davon sehr stark abhängig ist, weil das eventuell auch nochmal wieder umschwingen kann. Man ist auf jeden Fall in einer Abhängigkeit und das ist grundsätzlich eher schlecht. Ja, dann natürlich auch nicht ganz so toll ist die Verwässerung der Anteile. Bisher konnte das Geld gut investiert werden, aber das muss natürlich auch in Zukunft weiter so gelingen, damit ich davon auch einen Profit habe. Ansonsten sieht das ganz schnell auch schlechter aus, wenn da so stark verwässert wird, ohne dass das Geld gut investiert wird. Und man muss natürlich beachten, dass man hier eine ganz krasse Sektorwette eingeht auf den Cannabis-Bereich. Man hält im Grunde so eine Art Mini-ETF, weil man ja mit den Immobilien in ganz viele verschiedene Cannabis-Unternehmen investiert ist. Was auch noch ein weiterer Minuspunkt ist, ich habe nicht finden können, in welchen Anlagen welche Firmen drin sind, also wie sehr man über verschiedene Unternehmen diversifiziert als Mieter ist. Und das wäre natürlich ein schöner Aspekt und ein wichtiger Aspekt, das auch zu wissen. Wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen 50% der Immobilien angemietet hat, dann ist das natürlich auch eher schlecht. Ja, und das war es ansonsten auch soweit von meiner Seite. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like für das Video da oder auch ein Abo für den Kanal. Zum Abschluss einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar und sind auch keine Anlageberatung. Und natürlich können meine Videos auch fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau. Ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich.